Ja, willkommen back, liebe Leute. Zurück zu Skyrim und... Gavros? Seid ihr das? Was? Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Lasst mich die Tür öffnen. Was zum... Wer seid ihr? Was tut ihr hier? Äh, okay, okay. Was habt ihr mit Gavros gemacht? Ähm, ich sy... Ne, was mach ich... Ey, keine Ahnung. Was willst du von mir? Ähm, Freund, Gavros ist tot. Das waren die Falmer, nicht wahr? Verflucht sollen sie sein. Sie haben alles ruiniert. Wenn Gavros fort ist, gibt es keine Hoffnung mehr. Er hätte eigentlich mit dem Kristall zurückkommen sollen. Ohne ihn war unsere ganze Arbeit umsonst. Und ihr auch. Wenn ihr hier nach Schätzen, Weisheit oder Ähnlichem sucht, habt ihr leider eure Zeit vergeudet. Was hat es mit dem Kristall auf sich? Beim ersten Mal hat es nicht funktioniert. Ich wollte es Gavros erqueren, aber er wollte nicht auf mich hören. Nein, es wird nicht zu kalt, sagte er nur. Aber natürlich hatte ich am Ende recht. Als wir hier eintrafen, war alles ganz falsch eingestellt. Verformt durch die Kälte. Gavros musste alles nach Syrodiil zurückschaffen. Hat den Rest von uns einfach hier zurückgelassen, um die verdammten Falmer abzuwehren. Und wofür ist dieser Kristall gut? Es war eine wirklich brillante Idee. Natürlich stammt sie hauptsächlich von mir. Auch wenn Gavros den ganzen Ruhm dafür eingeheimst hat. Ist aber geheim. Amtliche Synoden-Angelegenheiten können nicht darüber reden. Und wer seid ihr? Was tut ihr hier? Was habt ihr mit Gavros gemacht? Ich suche die Synode. Und warum würdet ihr so etwas tun? Ach, es spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Gavros wird niemals zurückkommen. Und er hätte eigentlich den Kristall haben sollen. Ohne den sind wir nämlich verloren. Es war alles umsonst. Wer immer ihr auch seid, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt die Synode gefunden. Nur mich allein, umgeben von wütenden Maschinen und noch wütenderen Falmern. Okay, warum kann ich die nicht noch mehr fragen? Aber natürlich, Gavros musste alles nach Syrodiil zurückschaffen. Ja, ja, blablabla. Ich habe zufällig den Fokuskristall gefunden. Halt die Schnauze! Okay, ich habe zufällig den Fokuskristall gefunden. Ist es das, wonach ihr gesucht habt? Ihr habt ihn gefunden? Aber wie um alles in der Welt? Das ist er! Das ist er! Ich weiß ja nicht, wer ihr seid, aber ihr habt möglicherweise gerade dieses kleine Projekt gerettet. Wer seid ihr überhaupt? Okay, ich gehöre zur Akademie der Winterfeste. Was ihr nicht sagt. Savos wollte uns nicht einmal eine Audienz gewähren, als wir zu euch kamen. Und nun kreuzt ihr hier auf und erwartet euch etwas von mir? Das gefällt mir ganz und gar nicht, wisst ihr. Aber ihr habt mir die Haut gerettet, also kann ich vielleicht über die Vergangenheit hinwegsehen. Kommt, ich erkläre es euch unterwegs. Was immer Gavros auch gesagt haben mag. Ich hatte die Idee zuerst. Der Rat wird nach meiner Rückkehr davon erfahren. Es war meine Idee, dieses, äh, dieses Oko, äh, Ukola zu verwenden. Ich weiß nicht mehr, wie die Zwerge es nannten. Etwas unaussprechliches. So viel steht fest. Oh mein Gott. Aufgrund unserer Nachforschungen glauben wir, dass sie darauf aus waren, die Natur des Göttlichen zu entschlüsseln. Ihre gesamte Maschinerie war mit dem Ziel erschaffen worden, das Sternenlicht zu sammeln, um es dann... Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Um es irgendwie zu spalten... Es war meine Idee, eines der Hauptelemente durch unseren Fokuskristall zu ersetzen. Dazu musste ich über viele Monate unzählige Verzauberungen anwenden. Wollen wir nur hoffen, dass diesmal alles stimmt. Und wer ist? Hier! Wundervoll, nicht wahr? Es war eine Heidenarbeit, das wieder zum Laufen zu bringen. Ich hoffe, die Plackerei zahlt sich noch aus. Liegt den Kristall in die Vorrichtung in der Mitte. Dann können wir den Vorgang zur Fokussierung einleiten. Ja, das Okular, okay. Das ist wahrscheinlich das hier oben, oder? Äh, oder wie jetzt, oder was? Ähm, vielleicht da? Okay. Jetzt muss ich irgendwas fokussieren. Äh, okay, okay. Das muss ich hier oben machen. Okay, und wie mache ich das? So, gucken wir mal hier drauf. Hallo? Hallo? Okay, damit kann ich das... ...irgendwie... ...irgendwie... ...weitermachen. ...machen wir das mal weiter. Oder können wir mal die anderen drücken? Was passiert denn da? Okay, und da mache ich den untersten Ring. Okay. Das heißt, ich muss jetzt... ...das wahrscheinlich, dass das da... ...dass da... ...dass der Spiegel reflektiert wird, oder? Machen wir das mal. Okay, das hilft irgendwie nix, oder? Hm. Ich verstehe jetzt im Moment noch nicht so ganz... ...die Problematik hier, aber... Ich verstehe jetzt nicht, was muss ich hier machen? ...warte mal, das war... ...der... ...mh... ...kann ich hier woanders irgendwo noch rumdrücken? Also... ...da passiert ja gar nix. Lydia, Mensch. Ey, du musst mir jetzt echt mal helfen. Und das kann ich... ...aktivieren, aktivieren. Aktivieren. Also irgendwie raffe ich das jetzt gerade nicht hier. Hallo? Was soll ich tun? Der Kristall muss nun fokussiert werden. Er wurde so weit von hier erschaffen, dass uns von Anfang an klar war, dass noch einige Feinheiten geregelt werden müssen. Der Kristall dehnt sich beim Erwärmen aus und zieht sich beim Abkühlen zusammen. Dadurch ändert sich auch die Art und Weise, wie sich das Licht in ihm bricht. Die Wärme- und Kältezufuhr regelt ihr anhand von Zaubern, die ihr aus der Akademie eigentlich schon kennen müsstet. Ihr solltet hier ein paar Bücher mit dem nötigen Grundwissen finden, sollte eure Ausbildung noch schlechter sein, als mir zu Ohren gekommen ist. Okay, ich brauche das Zauber, oder was? Gut, dann nehmen wir doch mal Flammen und Frostbiss. Okay. Könnt ihr vielleicht woanders mit dem Feuer spielen, ihr wisst schon. Oh, oh, okay. Ja, das sieht ja schon besser aus, oder? So, jetzt drücken wir doch noch mal den Kollegen hier und, äh, achso, das war da unten, okay. Was? Hä? Ja, aber wenn ich den jetzt, äh, okay. Komme ich von hier dran? Nee, ne? Ja, warte mal, ich muss auf jeden Fall so machen, dass der ein bisschen runter geht, ne? Aber die stehen alle so bescheuert. Also, da haust du einmal drauf und der ist jetzt in der Mitte. Genau, der trifft schon. So, so. Der zeigt da ein. Das müsste ja jetzt eigentlich irgendwie schon mal besser aussehen, oder? Mein Gott, ey, jetzt muss ich auch noch nachdenken, ey. So eine Kacke. Okay, das wird ja ganz oben. Oh, Lydia schubt mich hier erstmal weg, ey. Okay, dann drehen wir den jetzt erstmal so weit. Ey, Lydia, geht's noch? Hallo? Okay, und jetzt müssen wir irgendwie... Na. Okay, der ist... Der ist und... Achso, jo, weil die beiden sind schon irgendwie zu. Die kann ich jetzt nicht übernehmen. Jetzt machen wir jetzt noch den einmal und dann müsste das eigentlich gewesen sein, oder? Aha, das war doch einfach. Ja. Aber was ist es? Diese Resultate sind ganz anders, als sie sein sollten. Ah, okay. Diese Projektion sollte erleuchtet sein wie der Nachthimmel. Irgendetwas verursacht eine beträchtliche Störung. Irgendetwas in Winterfeste, wie es scheint. Was für ein Spiel treibt ihr da? Ist das etwa ein Versuch, meine Arbeit zu behindern? Was? Voll geil. Was? Also, was ist? Was habt ihr getan? Wusstet ihr, was wir zu erreichen versuchten? Seid ihr hier, um sicherzustellen, dass euer Plan aufgegangen ist? Dass eure Anstrengungen nicht umsonst waren? Nun, erklärt euch! Ähm, ich weiß nicht, worum es geht. Ihr kreuzt einfach hier auf, gerade als unsere Arbeit beinahe vollendet ist. Und nun bekomme ich keine Ergebnisse wegen irgendeiner Sache, die an eurer Akademie passiert. Ihr haltet mich wohl für dumm. Glaubt ihr wirklich, ich kann den Zusammenhang nicht sehen? Ihr habt meine Arbeit ruiniert! Wie habt ihr es gemacht? Ähm... Pff, also ich verstehe nicht, warum er euch so aufregt. Seht doch einfach hin! Das hier sollte heller als der Nachthimmel leuchten, und das ist nicht der Fall! Ihr habt ganz eindeutig eine störende Wirkung! Oder aber... Ihr habt da etwas in eurer Akademie, nicht wahr? Etwas unglaublich Mächtiges! Etwas, das alles übersteigt, was ich jemals erwartet hätte! Was ist es? Ah, er meint den Mega-Flummi! Ja, äh... Ja, wir haben da vielleicht etwas, ja! Na sowas! Daran hatte ich gar nicht gedacht! Wenn man das berücksichtigt, ergeben die Resultate gleich viel mehr Sinn! Ähm... Pff, jo! Also, kannst du mir noch helfen, den Stab zu finden, oder nicht? Der Stab, ja! Interessant! Ich kann euch nicht alles erklären! Dadurch würde ich viele der Geheimnisse verraten, die die Synode über die Jahre hinweg zusammengetragen hat! Ich bezweifle außerdem, dass ihr alles bis ins Detail begreifen würdet! Habt ihr jemals das Planetarium in der Kaiserstadt gesehen? Das diente als Inspiration für diese Idee! Anstatt den Himmel zu projizieren, projizieren wir ganz Tamriel und nutzen dann die latenten Energien zur Überlagerung der Positionen von... Na? Ihr müsst nur wissen, das Ziel der ganzen Arben... Okay, das war das, na... ... uns Quellen großer magischer Macht zu offenbaren! Natürlich nur zum Schutz des Kaiserreichs! Und doch wurden uns am Ende nur zwei Orte offenbart! Und einer davon ist eure Akademie! Der andere Ort? Nun, es kann sich nur um Labyrinthion handeln! So, so, Magier von Winterfeste! Wie es scheint, habe ich eure Absichten durchschaut! Selbst wenn all eure Worte Lügen waren, weiß ich, dass ihr in Winterfeste etwas habt, das den Rat der Synode sehr interessieren wird! Also schön, tretet auf der Suche nach eurem Stab den langen Weg nach Labyrinthion an! Ich hingegen werde nach Sirodiel zurückkehren und dem Rat meinen vollständigen Bericht unterbreiten! Diese Sache ist noch nicht vorbei! Das kann ich euch versichern! Okay! Ich muss wieder mit diesen Savosaren reden, also in der Akademie! Okay, und der Stab des Magnus befindet sich also in Labyrinthion? Nun, ja, wahrscheinlich! Ich meine, ja! Natürlich ist er dort! Aber das spielt nun keine Rolle mehr, weil ich weiß, dass ihr in eurer Akademie etwas noch viel Wichtigeres verwerkt! Der Rat muss davon erfahren! Er muss wissen, was ihr im Schilde führt! Ich bin in amtlichen Angelegenheiten des Hohen Rates der Synode hier! Mehr müsst ihr nicht wissen! Okay, und... Ihr seid schon zu lange hier! Ihr seid verrückt! Nun, ja, wahrscheinlich! Ich meine, ja! Natürlich ist er dort! Aber das spielt nun keine Rolle mehr, weil ich weiß, dass ihr in eurer Akademie etwas noch viel Wichtigeres verwerkt! Der Rat muss davon erfahren! Er muss wissen, was ihr im Schilde führt! Ich bin in amtlichen Angelegenheiten des Hohen Rates der Synode hier! Mehr müsst ihr nicht wissen! Okay... Ich glaube, wir sind hier fertig! Ja, das glaube ich auch! Gut, dann... Gucken wir mal, was hier noch so rumliegt! Okay... Das nehmen wir einfach mal mit! Flammen! Das nehmen wir auch mit! Frostbiss nehmen wir auch mit! Das nehmen wir auch mit! Das nehmen wir auch alles mit! Wir müssen hier mal ein paar Bücher sammeln! Einfach mal so! Dass der Penner hier nichts zu tun hat! Kann er hier nämlich versauern! Dann sag ich mal Tschüss, Lydia! Dann gucken wir noch, was hier unten so abgeht! Und... Dann verpiesen wir uns hier! Aber wir müssen ja eigentlich noch... Gucken wir hier nochmal, was hier so ist! Nix! Okay! Wo ist Lydia? Wo sind die schon wieder? Mensch! Ach! Die wird schon kommen! So, können wir den... Also hier noch beklauen, oder? Äh... Äh... Okay, das nehmen wir mit! Das nehmen wir mit! Das lassen wir da! Oh nein! Ich trage schon wieder zu viel! Und... Die... Okay, das Geld... Das klauen wir eben auch noch! Ja, wo zum geil ist, ist jetzt schon wieder Lydia! Ich drehe durch! Was haben wir hier? Kommen wir hier irgendwie raus, oder? Was ist jetzt los? Oh! Okay... Okay, alles klar! Peng, der ist ja weg! Oh mein Gott, die Frau macht mich alle echte! Was ist aber denn hier noch schönes? Ach, scheiße! Ach, scheiße! Jetzt habe ich die Schale mitgenommen, das wollte ich doch nicht! Warum speichert der jetzt automatisch? Dwaymer Schale! Ja, ich habe mal fünf Kilo zu viel in der Tasche! Ja, die öffnen wir doch! Jetzt komme ich bestimmt hier irgendwo raus, zu so einer anderen Seite, oder? Himmelsrand irgendwas... Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe... Das ist schon mal gut! Jetzt muss ich nur zusehen, dass ich irgendwie mal so ein paar Sachen wegschmeiße, weil sonst kommen wir hier nicht weg! Ich will aber eigentlich nichts wegschmeißen! Ich kann mich immer so schwer von Sachen trennen! Naja, okay, ausnahmsweise! 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 Lydia? Du bist da? Ey, kannst du nicht noch so fünf Kilo nehmen? Ich bin die Haltkette aus! Ich habe geschworen, eure Last zu tragen! Ey, du musst irgendwas nehmen, ey! Komm schon jetzt! Verdammt! Kannst du nicht irgendwas wegschmeißen, ey? Irgendwas, was scheiße ist, ey! Das zum Beispiel! Gewicht 15! Das nehmen wir doch schon mal dir weg! Und sonst Bekleidung! Was haben wir da noch? Amulett! Amulett! Elfenrüstung! Uff! Gewicht 4! Was hab ich denn noch? Was hab ich denn noch, ey! Also das kann man auf jeden Fall erst mal sagen! Tschüss! Dann, äh... Was haben wir hier? Bekleidung! Dann mal los! Ah ne, Moment! Jetzt hab ich ihr das gegeben! Ich gebe euch der Druck! Ich habe geschworen, eure Last zu tragen! Äh... Achso! Achso! Die hatten noch diese ganzen Drachenscheiß da! Ah! Ne, 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 ne! Boah! Ich weiß nicht, ob ich die Drachenschuppen... Ich brauche die eigentlich nicht mehr, oder? Ich habe da so viele von! Äh... Scheiße, das ist alles so übelst viel wert, ey. Weißt du was, Lydia? Wir nehmen mal die Drachenknochen, ne? Ja. Und die lassen wir mal einfach hier liegen. Wo haben wir das jetzt? Bin ich doof? Bin ich doof oder bin ich doof? Dach und Schuppen und das. Da mach ich einfach so. Zack. So, die lassen wir jetzt mal hier. Wie, hab ich immer noch zu viel oder was? 340, ach du Scheiße, ne? Aber Moment, jetzt kann mir ja wieder der Lydia was geben. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Okay, dann geben wir dir das mal. Dann geben wir dir das mal und dann sage ich Dankeschön und weiter geht's. Boah, jetzt wird wieder rumgerast hier. Wo sind wir denn hier rausgekommen? Wahrscheinlich irgendwo... Von oben hier. Von oben oben. Ja, Lydia, guck doch mal, wo wir hier sind, Mensch. Sind wir irgendwie vorkommen hier irgendwas? Nein. Okay. Was heißt, äh, komme ich hier denn später auch wieder hin? Ja, ich glaube irgendwie nicht, oder? Ah, okay. Da können wir bestimmt von der Karte her reisen, denke ich mal. Ne, wo haben wir sie da? Äh, so, 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 so. Also hier habe ich abgeschlossen. Okay. Dann werden wir uns jetzt zur Akademie begeben. Und... Nein. Wir machen das anders. Ich werde mich gleich erst mal nach Weißlauf begeben. Da wieder verkaufen. Diese ganzen Krimskrams-Sachen da. Und dann sehen wir uns gleich in der Akademie wieder. Und dann geht's weiter. Und dann gucken wir mal, was dann da so passiert. Also Leute, ich sag mal tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.